Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS22. Ich habe jetzt noch mal einmal geschlafen. Wir haben jetzt Juni und ich habe jetzt mal gesehen und zwar hat hier jemand ein Feld bestellt und zwar ist das die Sojabohne. Wenn ich das jetzt hier wegklicke, dann sieht man das, genau Sojabohnen. Hier ist immer noch die Baumwolle. Ja das Ding ist, klar ich würde die Baumwolle behalten, also ernten und halt behalten und daraus dann eben Kleidung herstellen. Aber ich musste dann auch die ganze Fabriken haben, aber ich habe ja das Geld dafür gar nicht, um die kaufen zu können oder was auch immer. Von daher ist es glaube ich nicht so eine gute Idee. Ja, dann würde ich die Baumwolle eher verkaufen. Was ich aber jetzt mache ist, was total gegen meinen Plan war, das Feld kostet mich hier um die 500.000. Ich habe aber nur 301. Ja so und dann habe ich mir überlegt, ich werde mir jetzt einen Kredit gönnen. Ja, ein Kredit. Wie mache ich das jetzt hier? Leihen. Ah okay, mit Leertaste. 85.000, okay. Ich dachte mir, ich nehme eine halbe Million oder so. Geht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Zeit gibt, die man, indem man den Kredit wieder abzahlen muss. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, mir einen jetzt aufzunehmen. So. Oh mein Gott. Ah, ich kann es alleine zurückzahlen, ne? Ja gut, dann werde ich das halt immer abstottern. Eine monatliche Rate von 5.000. Naja, klar, warum nicht? Ähm, wow. Okay, passt auf. So, ich muss jetzt mal langsam hier Fäller kaufen, weil, ähm, Gedingst hier. Äh, sonst komme ich ja hier gar nicht voran. So, Sojabohnen gehört jetzt mir. Jetzt warte ich aber noch ab, was, was, was hier noch, äh, vielleicht bestellt wird von irgendjemandem, von dem Farmer. Aber... Aber, aber. Ich glaube, das wird vielleicht nächsten Monat der Fall sein. Ich habe keine Ahnung. Sojabohnen. Sojabohnen. Okay, was muss denn eigentlich gemacht werden? Unkraut. Muss gestriegelt werden. Okay. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich könnte natürlich auch spritzen, ne? So, wartet mal. Jetzt wollte ich mal ganz kurz noch gucken. Und zwar meine Fäller, die, die bereits waren... Ah, ja, guck mal, die sind fast erntereif. Ich glaube, das ist die letzte Wachstumsstufe, ne? Ja, cool. Dann geht das auch endlich mal voran mit meinem Weizen, mit meinem Raps. Was habe ich da... Raps und Weizen, ne? Ja, Raps und da hinten ist Weizen. So, genau. Äh, ja. Muss es tatsächlich nur gestriegelt werden? Kein Düngen und so? Ja, Düngen wahrscheinlich auch, ne? Gedüngt 0%, ja. Ja, 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 ja. Gut. Und dann würde ich mal sagen... Habe ich die falsche Taste gerade gedrückt? Äh, nehmen wir ihn? Nehmen wir ihn, ne? Okay, so. Ich muss immer wechseln zwischen, ähm... Zwischen Controller und Maushalt. So. Okay, also. Dann werde ich jetzt mal meine Spritze holen. Würde ich mal sagen... Ist wieder falsch rum, ne? Oder? Bin ich jetzt völlig jeck? Schon wieder? Alter, da war's doch. Dankeschön. Ich wusste doch, dass es so rum ist. Habe ich nur wieder zu blöd angestellt. Okay. Äh, w-was habe ich jetzt da drinnen? Habe ich da jetzt Herbizit drin? Ähm... Wie, wie kann ich nochmal... Ja, ne? Ich habe da Herbizit drin. Na klar, ist doch nur eine Spritze. Äh, also irgendwie bin ich schon wieder völlig raus. Also, naja, nehmen wir's schon. Okay. So ist es auch ein richtig schön großes Feld. Das ist richtig gut. Wo fange ich denn am besten an? Von da oben? Ja, es ist wieder Frost auf den Straßen, ne? Im Juni. Müsst ihr euch mal vorstellen. Frost. Meine Güte. Ah, ich glaube, der Helfer hat Probleme, ne? Mit dem Berg da. Oh, ich weiß es nicht. Die Bäume stören hier aber auch irgendwie. Wartet mal, wie ist denn das Feld nochmal aufgebaut? Das ist doch so längs, ne? Ja. Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier am besten mache. So, einmal zurückfahren. Okay, ähm. Quatsch. Wie kann man das nochmal aufklappen? Ach, mit X. Ja. Gut. Muss man das eigentlich senken? Die Feldspritze? Ne, ne? Ich glaube nicht. Oh, fast. Ich habe das fast getroffen, meine Lieben. Guckt euch das mal an. Scheiße. Okay, wartet. Wartet, wartet. Ich muss nochmal... ...korrigieren. Einmal korrigieren. So. Ja, jetzt sieht das doch ganz gut aus. Aber ein bisschen gerade, wenn es geht, Fanny. So, anschalten. Jetzt werde ich schon wieder schief, ne? Das ist ja unfassbar. So, dann lasse ich mal den Rest jetzt den Helfer machen. Äh. Ja. Ja. Wartet mal, ich muss mal kurz aufschlägen. Wow. Entschuldigung. Ja, super. Klappt also wunderbar. Und dann muss ich auf jeden Fall düngen hinterher. Ah, das klickt ja schon hin hier, mein kleiner Helfer. Nicht wahr? So, dann... ...werde ich mal... ...den hier nehmen. So, wo ist denn jetzt mein superschöner kleiner Anhänger? Ich glaube, der steht irgendwo vorne, ne? Dann hole ich nochmal ein paar Brote ab. Achso, ich gucke nochmal ganz schön zu meinen Hühnern, ob die noch genug Futter haben. Genau. Hier ist mein Anhänger. Achso, wartet. Wartet, wartet. Ich wollte nochmal gucken. So, hier ist noch genug Wasser, ne? Mal aussteigen. 15.000. 15.000. Und dann da hinten müssten eigentlich auch so um die 15.000 sein. Genau. Aktive Produktion? Ja, okay, okay. Ähm, gut, dann laufe ich mal ganz kurz zu den Hühnern. Was habe ich denn eigentlich hier zu liegen? Was ist das? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ach, Mineraldünger. Ha! Okay. Mineraldünger. Achso, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob meine Spritze noch genug Saft hatte. Oh. Eier. Ja, perfekt. Perfekt. Ihr macht das toll, ihr kleinen süßen Hühnerchen. So, ähm. Wartet mal, ich gehe mal kurz hier so rein. Hat mein Helfer die Arbeit beendet? Ach, Leute, ey. Ähm, was wollte ich jetzt gucken? Produktion, ne? Produktion, Production. Wo sind meine Ställe? Hier. Getreide ist aber fast leer, ne? Oh mein Gott. Ich muss unbedingt... Ich muss unbedingt wieder... Ähm. Alter Junge, was hast du denn gemacht? Hahaha. Okay. Ich verstehe. Ähm. Alter, was hat der denn gemacht? Ja, gut. Mein Fehler. Oh, Junge, 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 Junge. So, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob, ähm, ich jetzt... Weil man sieht es ja gar nicht, ne? Wo ich, äh, gespritzt habe schon. Ja, guck mal, ich kann noch ein bisschen weiter weg. Okay. So, wartet. Ja, das kriegt der Helfer anscheinend nicht hin, ne? Oh, man sieht gar nichts. So, einmal gerade. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, gut, dann ist es halt doppelt. Ist ja nicht so schlimm. Dann... Ist es halt doppelt. Ist es jetzt eigentlich soweit? Wow. Aber irgendwie... So, ne? So, Helfer. Tu mal was für dein Geld. Boah, ist echt doch zu weit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck mal, da ist jetzt eine Linie. Aber ist egal, das kriege ich... Das sollte ich hinkriegen irgendwann. Gut. So, ähm... Dann... Würde ich mal sagen, lade ich nochmal ein bisschen auf. Sonst hat die Fanny ja selber nichts zu tun, wirklich, ne? Also, ich muss auf jeden Fall Weizen holen. Für meine Hühner. Oh, das Spiel hat jetzt wieder ein bisschen gehangen. So. Noch ein bisschen. So. Oh nein. Die Palette wollte ich doch gar nicht. Die eine Palette... Warum habe ich denn jetzt die Säge in der Hand? Geh weg, Säge. Wartet mal. Wo bist du denn? Die hier, ne? Kannst du mal... Ah! Nein! Nicht den... Nicht den Salat! Oh nein. Oh nein. Wartet mal. Dann mache ich das jetzt mal anders. Schmeiße ich das mal dahin. Ach, jetzt muss ich da... Moment. Jetzt muss ich das nochmal alles abladen. Das war mit... Abladen. Abladen mit I. Genau. So. Und jetzt bitte... Alles wieder schön aufladen. Warum macht er denn diesen Salat nicht? Jetzt hat er ihn... Ah, jetzt hat er schon wieder die blöde Palette. Wartet mal. Oh, ist das böse, ey. Das ist ja so böse. Wartet. Ich muss mal hier die Eierpalette wieder... Ja, ist in Ordnung. So. Pass mal auf. Ähm, hallo? Das will alles nicht so klappen, wie ich will, ne? So, Moment. Jetzt schmeiße ich die mal ganz kurz. Kannst du dich nochmal drehen? Ist das irgendwie möglich? Ne? Ja, okay. Alles gut. So, also. Alles abladen. Alles bitte wieder... Ordentlich aufladen. Warum macht er die Palette nicht? Weil die falsch liegt, oder was? Ach, komm schon. Jetzt. Jetzt müsste das doch klappen, oder? Oh, ich hab die falsche Tasse gedrückt. Egal. Warum macht er denn jetzt dieses Brot nicht? Brot? Kannst du dich mal bitte aufladen? Ist das irgendwie möglich? Macht er nicht. Das macht er nicht. Okay, passt mal auf. Achso, ich sollte mal erstmal hier dingsen. Oder lädt er das gar nicht doppelt hoch? Weiß ich jetzt gar nicht. Wartet. Wartet. Genau. So. Okay, einmal abladen. Dankeschön. Ganz schön komplizit, die ganze Geschichte. Mann, 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 Mann. Meine Mühle hat leider auch nichts zu produzieren, weil ich eben halt nichts habe. So, gut, dann haben wir die schon mal drauf. Die Geschichte. So, jetzt werde ich aber die Eier wieder an Ort und Stelle bringen, damit die weiter produziert wird, hier die Palette. Oh, die ist ja noch nicht ganz voll. Also, komm mit. Stell dich da hin, damit du wieder schön voll wirst. Gut. Weiter geht's. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Arbeitet mein Helfer noch? Wow. Das war zu viel des Guten. So, jetzt gehe ich mal noch zur Bäckerei und fülle mal das andere Brot. Ich glaube, ich habe da zwei Paletten nochmal. Tank ist leer? Ach, Helfer, komm schon. Tatsächlich. Mein Tank ist leer. Boah, ich kriege hier voll die Panne heute. Äh. Habe ich noch Herbizid irgendwo liegen? Habe ich noch Herbizid irgendwo zu liegen? Wo ist denn, wo ist denn jetzt hier mein? Vielleicht da vorne, ne? Ist das Herbizid mit dem Roten? Ich hoffe. Achso, wartet mal. Ich werde das mal anders machen. Ich werde mal von da hin fahren. So. So. Wartet mal. Äh, auffüllen. Ja. Ein bisschen habe ich noch. Seht ihr? So kann... Kann's gehen. So, wo hat denn der jetzt aufgehört, der Schnöse? Okay. Wartet mal. Kann man das eigentlich auch auf der... Auf dieser Karte so sehen? Nee, ne? Nee, da wird es nicht so angezeigt, oder? Verdammt. Okay. Muss ich jetzt mal auf gut Glück versuchen, wo der stehen geblieben ist. So, vielleicht mal ein bisschen drehen gerade. So, war das hier vielleicht? Ich guck jetzt nochmal. Ja, fast, ne? Fast, fast. So. Ja. Jetzt nur ein bisschen geradeaus noch. Ja, komm. Machen wir jetzt einfach. Nee, senken brauchst du das nicht. Du musst es nur ausklappen. Ja, die Geräusche sind schon cool. Definitiv. So. Dann anschalten. Losfahren. So, und der Rest... Warum... Warum macht er denn die Spritze aus? So, jetzt hat es geklappt. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon den Helfer angedings, aber irgendwie hat es gerade nicht geklappt. Ach, ja, ich sage euch. Ja gut, der Helfer kriegt es nicht allzu gut hin, aber ist nicht so schlimm. Und das kann ich ja denn selber machen. Okay. So, kann ich jetzt bitte weiter hier arbeiten? Dankeschön. So, ich wollte jetzt mein Brot holen. Ganz schön stressig hier jetzt. Aber cool. Genau das mag ich. So, dann hole ich noch schnell das Brot und dann muss ich auf jeden Fall... Wow, für meine... Oh, ich muss glaube ich den Sound doch abbauen. Irgendwie nervt er mich. Dann muss ich doch noch mal für meine Hühner noch was kaufen, unbedingt. So, Bäckerei ist hier. So. Sehr schön. Wenn ich jetzt Weizen kaufe, kann ich die jetzt auch gleich dann mit draufladen? Hm. Mal gucken. Gut, also, ähm, ich brauche... Wartet mal, Weizen haben wir hier. Hafer. Die Hühner, die, die nehmen doch auch Hafer, ne? Wartet mal kurz. Nein. Schon wieder falsch. Auch wieder falsch. Äh. Quatsch. Doch, hier. Amamamam. Weizengerz. Ach nee, und Sorkum war das. Gerste. Ah, Gerste. Gerste, Gerste. Gibt es davon auch Gerste? Nee, ne? Hafer. Schweinefutter? Nee. Gibt es tatsächlich nur Weizen und Hafer. Konfigurieren. So nehme ich zwei. Für? 3000 Dollar. Okay. So, wo stehen die guten Sachen? Ach da. Ach da. So, dann nehmen wir das gleich mit. So. Ach so, jetzt muss ich das wieder umswitchen, ne? Auf. Nee, wartet. Äh, Paletten. Ach, geht das gar nicht, wenn ich jetzt, wartet mal, Paletten aufladen. Mit I geht. Ich kann mit R, das jetzt, okay, das geht jetzt anscheinend nicht, weil da Brot drauf ist, glaube ich. Ich probiere nochmal. Nee, scheint nicht zu gehen. Okay, dann muss ich erstmal das Brot wegbringen. Hilft ja alles nichts. Und danke für eure Kommentare. Also das Brot hatte ich verkauft gehabt. Ja, irgendwie musste das ja auch so sein, ne? Wenn ich das jetzt nicht mehr stehen hatte. Aber ich habe das irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Naja, nicht schlimm. Nicht schlimm. So. Und dann lade ich mal. Ähm. Abladen links. Nee, ich möchte das gerne rechts haben. Irgendwie so, ja. Ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung so. Jetzt gehe ich schnell das Futter holen. Füttere meine Hühner. Und dann ist die Folge ja eigentlich schon wieder längst vorbei, weil 30 Minuten, ne? Hammer. Echt Hammer, wie schnell die Zeit vergeht hier. So, fahr mal ein bisschen langsamer jetzt da ran. Genau. So. Ähm. Bin ich jetzt irgendwie blöd? Ach, mit Y. Habe ich das vorhin nicht gesehen gehabt? Seltsam. Ganz seltsam. Na gut. So, der Helfer arbeitet noch schön? Ne. Hat er schon wieder die Arbeit beendet? Ach, der macht mich ganz irre. Ach, der ist schon fertig? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, Mann. Okay. Gut, gut, gut. Wartet, dann muss ich mal ganz kurz... Der hat jetzt das andere Fett auch mit gedüngt. Schweinerei. Ähm, mit, 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 mit Herpezit behandelt hier. Ja, mal gar nicht. So. Ich kann doch jetzt hier die Teilbreiten ändern, ne? Aber wie geht denn das? Ne, das war aussteigen. Das war nicht so gut. Ähm, wartet mal. Ich muss jetzt mal hier drüber machen. Teilbreiten. Wie kann ich denn das jetzt... Wie kann ich denn das jetzt... Ändern, die Teilbreiten? Ne. Mit der rechten Maustaste auch nicht. Mit den Pfeiltasten auch nicht. Nee, das war aussteigen wieder. Wie kann man die Teilbreiten ändern? Steht da gar nicht. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, hoppala. Schalter nochmal aus, bitte, Baby. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah ja. So, dann fahre ich einfach bis zur Ecke. Ist egal. So. Gut. Jetzt wieder ein bisschen zurück. So, bin ich jetzt hier soweit richtig? Oh, tatsächlich. Guck mal. Mein Gott, bin ich gut. So, das lasse ich jetzt mit dem Helfer weiter. Warum geht denn das schon wieder aus, wenn ich auf Helfer drücke? Was ist denn hier los? Seht ihr? Jetzt geht es wieder aus. Nein. Oh, funny. Verstehe ich nicht. Macht ja nicht. So, jetzt hat er es genommen. Seltsam. Gut. Dann lasse ich die Linie noch vom Helfer machen und den Rest dann runter mache ich dann alleine. Okay. Okay. So. Auf zu den Hühnern. Und dann, wie gesagt, beende ich die Folge. Die geht schon wieder lang genug. Fast 40 Minuten. Oh mein Gott. So lange guckt euch die Hüte ja gar nicht an, ne? Aber heute gab es mal wieder ein bisschen was zu tun. Das ist richtig gut. Helfer. Tank ist wieder leer. Oh. Okay. Ich verstehe. Okay. So, dann lade mal schön auf. Ich habe wieder viel zu viel gekauft, ne? Aber nö, geht eigentlich. Nee. Okay. Gut, dann muss ich jetzt wieder Herbizid kaufen. Aber das machen wir... Wow. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Gut. Gut. Okay. Also. Dann packe ich das jetzt hier zusammen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Lieben. Für eure Kommentare und auch für eure Däumchen natürlich. Ja, heute gab es mal wieder eine Menge zu tun. Und wir sind noch nicht am Ende. Also von daher freut es mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich werde jetzt noch Herbizid kaufen. In der nächsten Folge geht es dann genau an dieser Stelle weiter. Vielen, vielen Dank und bis morgen. Bye. Ciao. 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 Ciao.